Und den auch. So. Das waren schon mal die drei. Haben wir schon. Erledigt sie, bevor sie angreifen. Checkpoint erreicht. Gut. Dann geht es weiter. Da ist auch. Geht irgendwie automatisch, schießt du? Geht die Straße frei für die Guardia! Weiß Arsch. So. Endlich geschafft. Wir können französisch. Es gab ein paar Franzosen in Firenze. Ja. Ähm. Okay. Ähm. Oh, nur ein paar. So. Mal gucken, was wir so. Wirken können. Ich glaube, es gibt gleich für eine schöne Metzelei. Aber ich glaube es aber auch nur. Ich bin ein Italien. Ich habe mich irgendwie schön umhangen. Und dann haben wir da keine Umhangen. Ich bin ein bisschen schneller, Jungs. Ich bin ein bisschen schneller. Und wieder. Ja. Ja. General Dalviano. Anscheinend habt ihr ein Einsehen. Lass den Unfug. Gib mein Weib frei. Welch Anmaßung von einem Mann ohne einen Titel im Namen. Mein Name ist sein Geld wert. Keiner dagegen ist nur gefälscht. Comment ose vous? Glaubst du ein Heer zu führen macht dich schon zum Edelmann? Edel ist es an der Seite des Heeres zu kämpfen. Nicht eine Frau zu entführen, um der Schlacht zu entgehen. Lasst ihr Glocken wachsen und gebt mein Weib frei. Ihr Wilden lernt es nie. Zack. Das war's. Hey, Jung. Ihr müsst mein Weib retten. Nehmt das Dach. Okay. Oh, River. Den wir wollen, dass wir überweilt die eliminieren. Okay. Wo ist denn? Da. Äh, ich weiße, was wir auch schnell kommen jetzt hier. Achso. Ja. Jetzt stirbst du. Okay. Zack. Zack. Aua, aua. Zack. Ich kann wieder treten. Ich kann wieder raufrauen. Ich kann wieder mal raufrauen. Ich kann das zu öffnen jetzt hier. Ich kann wieder raufkommen. Ich kann wieder öffnen. Öffnen. Ich muss nicht schneller, wenn es geht. Gut. steckt sich früher sagen das war's mit dem das war's mit dem auch Herr Schwarz natürlich fehl dann wieder mit zweit war ein bisschen blöd und das ist hin gut noch jemand ne können wir ungemerkt hoch und ein Attentat machen fast da gewesen aber nein das ist ne scheiß stelle die scheiße ist passiert halt verbandet jetzt schon wieder die haben ja jetzt gerade alle gesehen WTF was war denn das jetzt zack was war das mit dem auch das auch das war wieder die normale den hier hoch glitter den hier hoch und machen ein Attentat damit er weg ist mit da kann man saßen sie nur mein gott der macht das schon und wunderbar und das schon auf ihn drauf sagt mir gesagt ich wollte nur Respekt Respekt wird verdient nicht vererbt oder verkauft vielleicht habt ihr recht ich brauche mehr Zeit das war es mit dem auch das war es mit dem auch wirklich aber du hast mich doch gerettet Ezio hatte einen brillanten Einfall hatte ich nicht es war die Idee eures meines war es du bist mein Prinz den Titel muss ich mir verdienen wirst du hab Dank so ja und geschafft gut und die die wird beendet Sequenz 6 beendet 3 wieder die Welt zack folge vergess paris und es leid ja wir haben jetzt nur noch an Malgen wir die nun? Ich glaube nicht. Sequenz 7, der Schlüssel zur Burg. So. Aber ab hier verabschiede ich mich heute. Ciao und bis später im nächsten Part.